Einen schönen Valentinstag hier aus dem Paradies von Adam und Eva. Ist das jetzt so eine Frau oder was? Gott, wem es gefällt. Der klebt ja an denen wie eine Schnecke. Oder wie heißt das, was du geschöpft hattest, was so klebt? Pustit. Nein, Klette. So ist der. So ist der. Ja, wie hast du dir das jetzt gedacht, Adam? Hier mit der Edith, Eva. Läuft da jetzt was? Oder wie? Also weißt du, erst machst du dich auf romantisch, dann kommst du mit der Frau an. Da muss ich mich schon sehr wundern, Adam. Sag doch mal. Es ist Valentinstag heute. Der Tag der Liebe. Mach doch mal was Nettes zusammen. Ja, bin ich dabei, Leute. Was machen wir? Ich habe Zeit. Hallo? Ja, ja. Sie müssen klicken. Daumen hoch, abonnieren und an der Glocke wimmeln. Einfach klicken, abonnieren und an der Glocke wimmeln. Sie haben es doch genau verstanden. Du Lieber, Gott, dann machen Sie es doch einfach. So. So. Bis zum nächsten Mal.